was ist ein geschenk ein geschenk in unserem lagerhaus das ist ja komisch okay kann von oben rein gerieselt seine bauwand fällt fertig so jetzt können wir die daraus umbauen wir brauchen halt nur das ganze leder macht den doofen schnee da weg und selbst auf unserem dach baut sich schnee auf das könnte auch sehr komisch werden später aber ja prioritäten wir haben in 21 minuten wieder eine welle schnee schippen und wir wollten leder besorgen leder kriegen wir von diesen komischen blauen viechern das ist ein hühnchen das auch blau ist das falsche das da muss weg und gleich zugemacht werden oder weggebaut werden dahinten sind blaue viecher und die so genau das weg bitte und dass er weg das ganze ruhig in doppelte geschwindigkeit dann gibt es noch ein portal die nacht bricht ein mach das weg noch ganz viel zu tun für euch aber wenn ich das jetzt nicht beobachtet dass sie das weg macht dann macht ihr es nicht so gut okay das wenn ihr nachts mehr das ist nicht gut haben wir noch irgendwo bläulinge wir haben sieben zwerge was für eine ausrüstung habt ihr keule 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 keine keule keine anderweitige ausrüstung so rüstung du brauchst auch eine rüstung ich war glaube ich doch hier bis zum morgen aber die jungs wollen was zu tun haben also grab bitte den gang hier weiter total da das 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 oh kristall ist alles abbauen und taktisch 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 30 1 2 3 4 5 da 1 2 3 1 2 3 4 5 da und der rest brauche noch Kochbuch, das kann auch weg, da kann das Silber ersetzt werden, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, das können für Tränke später wichtig werden, das Eisen kann durch Dirt ersetzt werden, das Eisen kann durch Dirt ersetzt werden, da oben kommen Scaffoldings hin, damit das da oben durch, oh, hinten ist auch Eisen, Eisenerz, so, doppelte Geschwindigkeit, was sagt der Techbaum, wir müssen immer schön daran denken, zwischendurch den Techbaum voranzubringen, nicht den Textbaum, Öl, magisches Licht, Glas, wie schaut es oben aus, die Lederrüstung, haben wir schon genug Leder für vielleicht eine Lederrüstung, ja, sehr gut, klick, eine Lederrüstung, ausrüsten, das Werk nur eins, Lederrüstung, tada, du, Holzrüstung, so, also wir haben jetzt den restlichen Rahmen gesprochen, wir haben jetzt noch mehr Leder, dafür müssen wir erstmal wieder Tag haben und das dauert noch einen Ticken, oh, ne, unser Portal ist direkt Jedi und Zombie, ja, gut, äh, hier könnt ihr ruhig weitermachen, wir müssen nicht stehen bleiben, Dankeschön, äh, ersetze Eisen, ersetze hinten Eisen, brosch, 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 es geht schnell, okay, Eisen ersetzen, Eisen ersetzen, Eisen ersetzen, da oben brauchen wir noch mehr Scaffolding, das heißt, wir können die hier abbauen, auch wenn die hier doch eben schon praktisch sind, und wir machen die hier erstmal weg, so, 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 äh, du weg, du weg, du da hin, Scaffolding, so, wir bauen immer quasi kleine Brücken aus Scaffolding, das ist echt schon praktisch, hinten Eisen ersetzen, hinten Kohle ersetzen, Eisen ersetzen, neues Portal braucht ihr auch mal, so, und wir haben Tag, höre ich gerade, das heißt, wo waren, oh, wir haben Yeti eingefangen, also erstmal Schneeschippen, wie jeden Morgen, es werden immer mehr Yetis, ich glaube, wir sollten dazwischen durch mal aufräumen, sobald wir alle Lederrüstung haben, aber ja, Blauling töten, hier, Blauling, total, töten, und danach wahrscheinlich euch da unten auch töten, doppelte Geschwindigkeit, kommt, komm, Jungs, töten, seid ihr normalerweise ganz scharf drauf und läuft sofort dahin, ah ja, da, ah ja, da, tong, 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 Antumata, was, was machst du da? Das war nicht gut. Ja, Zwergtot. so schnell werden wetten freien springt einfach runter und läuft nicht rechtzeitig weg das ist natürliche selektionen wie sie im buche steht gucken ob der nächste zwerg da ein bisschen schlauer ist so leder war hier noch ein zweiter das ein hühnchen und genau deswegen verteile ich jetzt noch keine skillbücher weil die zwerge viel zu häufig sterben so scharf kann auch sterben kriegst du ein extra portal aber wir haben noch genochen an warum haben wir nicht da ein schild mach das schild mal weg können wir das schaf da auch noch töten eine eisenspitzhacke das ist schick ach du gute müde wir müssen hier mal anfangen dingen zu verteilen ja eine fackel in der mitte hier so ich habe mir überlegt wie breit der turm werden soll also weil so ein strich in der mitte und links und rechts mauer ist viel zu eng zwei dann hätten wir zwei in der mitte und links und rechts mauer würde von der optik her gehen aber ich mag keine geraden zahlen so richtig gerne weil sie keine mitte haben also wird es ein fünf breiter turm wobei zwei davon die außenmauern sind also welche die mitte von dem turm später das heißt hier kommt eine fackel hin und das reicht dann wächst da wenigstens keine efeu mehr wobei hier später eh venetianischer stück hinkommt und dann müssen wir uns um efeu keine sorgen mehr machen so fackel dahin so wie schaut es bei dem bläuling aus portal ist noch da bläuling ist allerdings auch noch da ohne kehlbefehl neues portal wo bist du von ihm da runter das ist gemein das ist echt gemein er wurde immer wieder herunter geschubst komisch dass er nicht so viel fallschaden genommen hat so alles einsammeln es wird nacht ab nach hause und hier unten weiter arbeiten wie sich das gehört unter tage für die zwerge das jetzt heißen werden auftrag für kohle setzte hinten kohle letzte vorne kohle und buddel weiter nach mehr kohle und eisen war das ist die karte ist echt schön was rohstoffe angeht also unter tage und muss ein bisschen maum mit ein paar ressourcen aber unter tage ist alles super weil sie noch bald die stahlproduktion anschmeißen wenn wir technologisch dann weit genug sind setze eisen setze hinten kohle 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 setze eisen münzen wo haben wir eigentlich unseren shop hier nicht rechts also direkt neben den goblins der richtigen höhe von unserer geplanten welthöhe das ist sehr schön das hat mich in der letzten welt ein bisschen genervt auch wenn es absolut unwichtige kleinigkeit ist aber kennt mich ja da kommt eine kleine gruppe von skeletten an wandelnde erfahrungspunkte ich gucke mal wieviel leder wir inzwischen haben oh sehr gut dann baut doch bitte mal wieder helme obwohl rüstung 2 rüstung 1 also ein leder helm zu holz her macht eine aufstufung holz rüstung macht zwei der rüstung macht vier also ist eine zweier aufstufung wenn man die holz rüstung ersetzt im gegensatz zu dem holz helm aber ich glaube wir kriegen zwei helme raus wenn wir leder herstellen und nur eine rüstung rüstung herstellen also es ist vollkommen egal was man macht gut das auch erklärt ich hätte deswegen lieber doch gerne rüstung weil sie toll aussehen so du 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 1 2 3 rüstung ausrüsten du hast schon du brauchst du brauchst du brauchst auch einen helm du brauchst alles du kriegst nicht die gute pk axt das kannst du vergessen so 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 kein helm für dich ist nicht so toll unser zwerg meins bekommt dich so zwerg nummer eins ist müller schreiner koch kletterer koch wir haben drei nahkampf bücher ich glaube ich gebe unserem zwerg nummer eins mal nahkampf bücher damit er nicht so schnell stirbt obwohl ich sollte nicht schon gerogon aus der vergangenheit vor zehn minuten widersprechen dass wir ein bisschen komisch der halt gesagt hat das wird nicht die zwerge jetzt schon uns gebe ich ergeben sollten muss aber ein bisschen geduldiger sein so skelette hauen stein da ist okay es wäre geratzt vor sich hin das kann weg das kann weg das kann weg schön hoffen 1 2 3 4 5 da 12 1 2 3 4 5 da 1 2 3 4 da passt du soll es heißen das kohle jetzt kohle jetzt stoppt Stopp, 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 stopp. Da ist jetzt hinten Kohle. So, wir haben einen Tag, also können wir was über Tage machen. Vorzugsweise Leder. Da. Stirb. Und ich wette, jetzt kommt ein Zwerg hier rein, greift ihn an und wird da runtergeschubst. Ich hätte vielleicht das Portal woanders setzen sollen. Wunder gut, das schaffen die schon in zwei Minuten. Da muss ich nicht hingucken. Da habe ich noch ein Schaf. Hier ist noch Leder. Töten. Zeug, zeug. Jage ein Tier. Was? Aufgabe geschafft. Wir haben ziemlich komische Aufgaben zwischendurch. Sollte vielleicht mal reingucken. Rüste Lederhelm aus. Erforsche die Tiefen. Äh. Okay. Fälle 30 Bäume. Stelle Öl her. Zauberer, magisches Licht. Öl herstellen ist nicht so schwierig. Zing. Will hergestellt. Witzschönen Dankschön. Laterne Holzbrücke. So. 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 Müssen wir dich auch bauen oder bist du so schon zufrieden? Nee, dich müssen wir bauen. So. Hau den kaputt. Komm schon. Jetzt hauen da vier Zwerge auf das Puschelding ein. Ja okay, es ist ein gepanzertes Puschelding. Unter dem Puschel ist ganz viel Panzerplatte, aber trotzdem. So. Dann hätte ich gerne dich noch tot. Nicht dich abgebaut, hier gerne dich tot. Das ist ja alles weg. Das sind einfach viel zu viele Yetis hier. Und ich hoffe, ihr lauft rechtzeitig weg, Jungs. Hier kriegt ihr gar keinen Schaden, kann das sein? Nom nom nom. So. Weg, 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 weg. Weg, weg. Okay, das kann jetzt mal noch da bleiben. Aber das hier kann weg, damit der Schnee sich nicht tierisch hoch auftürmt. Leder einsammeln. Und eigentlich hier weiter töten. Aber wir haben in viereinhalb Minuten die nächste Welle. Also sollten wir mal ganz kurz die Zwerge durchgucken, ob jemand schlafen muss. Macht nichts, gräbt, macht nichts. Geht zum Lager, wartet. Oh. Schläft, okay. So war alles gut. Wir sind bei 62% Komfort. Daran sollten wir noch arbeiten, damit die Zwerge schnell regenerieren. Also eigentlich hier alles mit Stuck abändern. Und dann Schleimfackel sollte auch mal weg. Kommt nicht so gut. Genau. Also Ton. Ton haben wir. Was brauchen wir denn für Stuck? Sand haben wir. Wasser haben wir. Ton haben wir. Gar nichts brauchen wir. Was brauchen wir. Vielen Dank.